Hamburg gegen Magdeburg. Platz 10 gegen Platz 4. Im Hinspiel klaute der HSV die Punkte aus Magdeburg. Heute will der SCM Revanche und den 12. Ligasieg in Folge. Geht die SCM-Siegesserie weiter oder grätscht Hamburg dazwischen? Die Antwort gibt's heute ab 20.10 Uhr im Livestream auf www.sport1.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017